Jetzt haben wir hier unten genug Platz für Sand. Das ist ja... Da hätte ich mal vorher drauf kommen sollen, hier auf diese Sachen mit dem Sand. Dann hätten wir uns das ganze Bäumegefälle erstmal sparen können. So. Dann hätten wir da... Vielleicht hat Geld sogar schon zusammen uns Geld daran schon erlegt. Das wäre ja auch mal ganz schön gewesen. Aber wir versuchen das einfach mal so. Nochmal 15 Sandblöcke. Das bringt ganz... Das bringt echt schnell was hier, muss ich sagen. Muss mal eben gucken, was meine Katze da macht. Sekunde. Bis gleich. Und da ist er auch schon wieder so. Da fällt uns gleich ein Zombant auf den Schädel hier, habe ich das dumme Gefühl. Wir machen jetzt einfach mal so lange, bis entweder unser Inventar voll ist, die Wüste leer ist oder wir durch die Zombanten und was hier sonst noch so rumkreupt. Und das wird erstmal umgenutigt werden. Aber ich denke, das wird wohl weniger passieren im Moment noch. Im Moment sind unsere HP ja doch noch etwas mehr. Da kommt noch wieder einer. Da kommt der nächste. Den bringen wir gleich hier oben. Da verpüren wir den mal gleich ein. Da haben wir schon wieder ordentlich Koppelmünzen gerade wieder zusammenbekommen. Ich kriege meinen Mini-Hai noch. Das wäre ja wohl gelacht. Einmal in der Nase kratzen. Hier müssen wir mal zusehen, dass wir gleich noch ein Stück tiefer gehen. Gehen wir mal hier zwei rüber und dann gehen wir gleich ein Stück tiefer. Und da haben wir die nächsten. Und noch mehr. Mensch, was wir hier gerade an Sand bekommen. Das ist ja der Überwahnsinn. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein und nehmen das hier noch raus. Also diese Wüste ist echt ertragreich, muss ich sagen. Das ist schon echt nett. Weder können wir vielleicht noch den Ozean auf der linken oder der rechten Seite angraben, wenn wir absolut noch mehr Sand brauchen. Und die Wüsten alle weg sind. Aber ich denke mal, das wird wohl kaum passieren. So viel Geld werde ich den ganzen Tag wohl erstmal nicht brauchen. Und dann kommt der nächste. Das rieselt aber auch alles gut nach hier, muss ich sagen. Das ist schon klasse. Da hätte ich echt früher drauf kommen müssen. So, jetzt haben wir viereinhalb Stacks fast. Na, das kriegen wir noch mehr. Auf sechs Stacks möchte ich erstmal kommen. Und dann sehen wir weiter. Spielt einer von euch an die Aung Terraria? Wie kommt ihr da so an Geld? Habt ihr den Mini-Hai vielleicht schon? Oder was mich auch noch interessieren würde, was ist so eure beste Ausrüstung, die ihr gerade habt? Das will ich auch nochmal ganz nett zu wissen. Und vor allem, ich möchte Terraria auch nochmal gerne im Multiplayer-Emband spielen. Und das wäre vielleicht auch nochmal eine ganz nette Sache. Wenn da einer Lust und Zeit für hat, für eine Runde Terraria im Multiplayer, dann meldet euch mal bei mir. Vielleicht können wir das sogar mit in Slits Bay einbauen, muss man mal sehen. Das können wir dann gerne mal machen. Habe ich schon einmal gemacht, aber war echt lustig, muss ich sagen. Immer wieder gerne. Kann man sich so ein bisschen da gegenseitig vielleicht mal helfen. Bei irgendwelchen wilden Sachen. Zum Beispiel bei Skeletron oder dem World Eater oder was es sonst noch alles hier so gibt. Der Fall, der jetzt ist hier aber auch ordentlich Sand schon zusammengekommen. Da unten ist sogar, hier geht das ja immer tiefer. So, wir haben jetzt fünf, fast fünfeinhalb Stacks haben wir jetzt fast zusammen. Nehmen wir hier nochmal die nächsten paar Sachen auseinander. Dann lasse ich hier einen stehen. Damit das Wasser da nicht rüber fließt. Und das können wir dann ganz zum Schluss wegnehmen. Da ist aber richtig Sand drin, muss ich sagen. 22, 95, 97, 103. Was wir hier an Sandblöcken zusammenkriegen, ist echt Hammer. Sekunde, Leute, meine Katze dreht er hinten gerade wieder frei. Ich muss nochmal irgendwie wieder hin. Bis gleich. Und da ist er auch schon wieder. Die alte Katze wohlt er ins Schlafzimmer aufs weiche Bett. Da kann man so schön schlafen, sagt sie. Das finde ich immer ganz toll. Aber das möchte ich nicht. Jedenfalls nicht tagsüber. Nachts habe ich da nichts gegen, wenn wir da dann mitliegen und pennen. Wenn ich da dann auch am pennen bin, das finde ich ganz schick, muss ich sagen. Das ist schön kuschelig. Nehmen wir erstmal das hier alles weg. Da ist noch ein Goldfisch. Den kriegen wir jetzt so erstmal nicht zu fassen, denke ich mal. Nehmen wir hier die nächsten Sandstapel, nehmen wir jetzt erstmal hier weg. Muss wieder eine äußerst spannende Folge hier sein gerade für euch. So, hier nehmen wir jetzt erstmal alles raus, was da ist. Immer schön von unten anfangen, den ganzen bis weg zu arbeiten. Zack, 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 zack. Das geht ja hier wie Katzenbürsten, das ist ja Wahnsinn. Blub, 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 blub. So, und den nehmen wir auch noch mit hier und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal gleich zurück. Nochmal in meiner Nase kratzen. So. Wie viele haben wir denn jetzt bisher? Wir haben sechs Decks, fast sieben voll. Und dann sehen wir doch gleich mal, was uns das dann so bringen wird. Also, was hatte ich gesagt? 500, 500 Blöcke für ein Gold müsste die Rechnung ungefähr sein. Und wir haben jetzt schon, na doch, wir haben jetzt einiges zusammen. Auf drei, vier Gold werden wir gleich kommen, wenn wir zurück, wenn wir zurück sind. Also drei Gold mindestens, die haben wir jetzt ja schon. Mal gucken, ob ich das vierte Gold auch noch vollkriege und dann sehen wir weiter. Dann müssen wir hier vielleicht öfters mal hin und den ganzen Mist auseinander basteln. Da kommt einer an. Der will uns was. Er wollte uns was. Und hat gleich auch die Schnauze gekriegt. Gleich die Spitzhacke im Kopf. Was kann man auch genau aus der Richtung, wo wir am Abbauen sind? Ist ja seine eigene Schuld. So, dann haben wir jetzt fast vier Gold zusammen. Also zwei Stacks hier vorne sind immer ein Gold. Wenn die Rechnung richtig ist, so rum. Wenn die Richtung Rechnung ist. Was ist das jetzt gerade gewesen? Was? Wie ist das Ding denn jetzt kaputt gegangen? Wo ist das Wasser hin? Da war doch eben noch Wasser drin. Wo ist denn das jetzt hin? Ja, die Wüste ist hier doch etwas größer, merke ich gerade. Also da können wir noch ordentlich was abbauen. Vor allem den Geier hier auch erstmal mitnehmen. Ja, Waypoints müsste man sich setzen können. Dass man weiß, so hier, äh, Wüste, Sand, Geld. Also da haben wir hier noch ordentlich, also hier haben wir noch eine Geldreserve. Das ist schon, schon der Hammer. Hier haben wir jetzt 196. Ich nehme hier nochmal ein paar mit, damit ich das noch vollkriege. Nehmen wir jetzt hier mal 54, nehmen wir jetzt hier noch mit. Lassen wir das hier hinten noch so ein bisschen natürlich aussehen. So, ich habe jetzt, naja, 13 brauche ich jetzt noch so ungefähr. 48, 49, 50. Da haben wir es. Dann nehmen wir den Spiegelexpress nach Hause und probieren das Ganze jetzt einfach mal aus. Platz im Inventar habe ich noch und etwas. Ich brauche vor allem erstmal meinen Schamelsofen. Dann sehen wir mal weiter, ob das alles so funktioniert. Also gleich ein Händler hier daneben, das ist auch sehr schön. So, wir haben Glas. Wir wollen Glas haben. Machen wir uns mal 250 Glas immer fertig. Ritt. Das ist auch schon mal sehr schön, wie wir das alles funktionieren. Da ist der zweite Stack fertig. Da haben wir vier Stacks Glas haben wir gleich. Und hier kann man jetzt sehen, dass man zwei Flaschen immer rausbekommt. Dann machen wir das mal so. Und jetzt hier den Rest noch. Die Katze baut schon wieder Scheiße. Ich muss mal da eben nochmal wieder hin. Die gibt heute echt keine Ruhe. Bis gleich. Und da ist sie wieder. Äh, ist er wieder. Sie hat, äh, ja, sie hat keine Scheiße gebaut. Sie haut nur gerade mit vollem Karacho ihre Spielzeugmaus über den Flur. Und wetzt dann wie bescheuert hinterher. Gut, das kann sie ruhig machen. Das stört mich nicht weiter. Äh, Marskog. Ein Glas. Flasche. Zwei. Machen wir uns mal eben kurz zwei Flaschen fertig. Und versuchen die mal zu verkaufen. Dann sehen wir ja, ob das alles so stimmt. Verkaufspreis acht Kopfer. Das heißt, wir bekommen nur vier Kopfer. Keine zwanzig Kopfer. Ähm, wie sieht das hiermit aus? Auch nur vier Kopfer. Da kriegen wir... Ne, das ist... Das bringt alles nichts. Das heißt, wir werden viel mehr brauchen. Sehr viel mehr sogar an allen möglichen Krimskrams. Aber das stört mich jetzt gerade weniger. Ich mach mir jetzt erstmal weiter Flaschen fertig. Das heißt, wir müssen, ja, fünfmal mehr haben, als ich eigentlich gedacht habe. Dann haben sie das wirklich geändert, die Schweine. Machen wir uns erstmal die ganzen Krüge erstmal fertig hier. Rett. Brauchen wir nicht was fertig machen hier. Funktioniert also leider nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Aber immer noch besser als mit... Als mit... Ja, mit... Holz, denke ich mal. Obwohl das... Naja, müssen wir dann mal gucken. Holz ist vielleicht doch die bessere Wahl. Obwohl das ewig lange dauert, bis das nachgewachsen ist. Wir versuchen einfach ein paar Sachen durch. Und dann sehen wir weiter. Hier möchte ich jetzt erstmal 99 Stück draus machen. Dann stapelt sich das nämlich etwas besser. Gut, halbe Wüste weggerubbt und immer noch nicht genug. Ähm... Halt, bleibst du stehen, Josef. Geh, Schäft. Ich möchte diese Dinger hier loswerden. Vielleicht gibt's ja auch bei verschiedenen... Verschiedene... Können wir auch mal ausprobieren. Äh, wie viel gibst du mir denn? Drei Silber 96. Ist dasselbe. Ähm... Und der andere da hinten wird dann bestimmt auch denselben Preis haben. Ich guck da aber lieber mal nach. Du bist ja der... Du bist der Guide. Was hast du hier? Du gibst mir... Für... Drei Silber 68. Also etwas weniger. Weil das auch... Äh, ja. Weil da auch weniger Flaschen waren. So, dann machen wir das mal hier erstmal weiter. Jetzt knallen wir die Drehade erstmal mit Flaschensicht. Füllen wir sie so richtig ab. Ein Silber 20 für 30. Sekunde, da möchte ich mal irgendwas ausprobieren. Ein Silber 24. Das bringt exakt dasselbe. Schade aber auch. Na gut. Dann werden wir mal weitermachen. Was wir auch nochmal ausprobieren können, ist... Er hier. Glaswand. Ach, die hat... Die hat keinen Wert. Okay. Äh... Dreckwand hat auch keinen Wert. Ist klar. Vier Kupfer. Naja. Da habe ich mir eigentlich, ehrlich gesagt, mehr erhofft. Aber... Was soll man denn tun? Manchmal ist das eben so. Zack, gleich weg damit. Und die nächsten Flaschen auch noch. Haben wir zumindest wieder ein bisschen jetzt. Es ist nicht ganz ein Gold geworden. Schade aber auch. Da haben sie wirklich die Preise runtergedreht. Das... Na gut. Das funktioniert wohl nicht mehr. Versuchen wir das erstmal noch was anderes. Vielleicht können wir ja auch noch andere Sachen schön basteln, die wir dann... Verkaufen können. Ach, sieh an. Das... Der letzte bleibt immer frei, damit man doch auch nicht was... Mitmachen kann. Das ist ja sehr praktisch. Ein Gold haben wir zusammen. Mensch, das ist ja... Hammer. Wir brauchen mal wieder eine Goblin-Armee, glaube ich. Die hat bisher noch am meisten gebracht. Immer weg damit. Also die kann jetzt, glaube ich, einen halben Ozean hier bald in Flaschen abhüllen, wenn wir hier so weitermachen. Immer weg damit. Immer raushauen. Immer weg. Ein Gold, 15 haben wir jetzt. Könnte noch mehr werden. Ein Gold, 19. So. Dreckrute. 20 Gold. Naja. Äh... Sonnenblume, Grassaat, Reinigungspulver. Die könnten wir vielleicht auch noch verkaufen demnächst. Da müssen wir dann mal gucken. Die Meteorhallen verkaufen wir natürlich nicht. Die Meteorhallen verkaufen wir nicht.